Musik Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Ich bin Birgit und spiele mit euch heute alle Jahre wieder. Ladet euch die Noten runter, druckt sie euch aus und wenn ihr wollt, kommt her und spielt mit. Ihr seht, die erste Strophe hat zwei Zeilen, in jeder Zeile stehen vier Takte, also eine Strophe hat acht Takte. Die rechte Hand beginnt mit dem zweiten Finger auf dem G. Ich spiele für euch die erste Zeile. Wenn ihr die Noten vor euch liegen habt, legt den zweiten Finger auf das G. G A G S I D Und nochmal mit den Fingerzahlen. Der zweite beginnt. Drei, zwei, eins. Und der dritte geht rüber. Und der zweite eins. Ich spiele weiter die zweite Zeile. Der Daumen geht auf das E. Beachtet die Spreizung. Der zweite geht auf das G. A B C A A G F E F E F E E Noch mal die zweite Zeile. Der Daumen beginnt auf dem E und der zweite Finger geht zum G. Beachtet, dass ihr eine Taste auslassen müsst. Drei, zwei, fünf, vier, drei, zwei, achtung, eins, drüber, vier, fünf, drei. Ich zeige euch jetzt, wie man die linke Hand spielt. Wir beginnen hier und ich beginne mit dem Finger Nummer zwei und spiele zuerst die erste Zeile. In der zweiten Zeile beginnt es mit dem C, da liegt der fünfte Finger. Also fangen wir an. In der linken Hand liegt der zweite Finger auf dem E. E, G, D, G, C, G, H, G. Und jetzt miteinander C, E, G. Mit dem Finger 4, 2, 1 von unten nach oben. Noch mal von vorne bis dahin. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Und G, E, C, gleichzeitig der letzte Takt in der Zeile. A, D, G, 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 A. Mit Finger 5, 3, 1, 5. Ich spiele Takt 5, also die zweite Zeile. Ich lege den kleinen Finger auf das C. E, 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 F, E. Und die drei Töne sind C, F und A. Gleichzeitig gespielt mit Finger 5, 2, 1. Noch mal Takt 5. C, E, F, E. Jetzt alle drei. 5, 2, 1, 3, 4. Takt 7. E, D, C, D, E. Und C und D. Noch mal die zwei letzten Takte. 3, 4, 5, 4. 3, 5, 1. Spiel für dich jede Hand mindestens dreimal allein. Wenn du soweit bist, dann schalte auf Weiter. Wir spielen jetzt beide Hände miteinander. In der rechten Hand der zweite auf dem G, links der zweite auf dem E. Ihr seht, im ersten Takt spielt die rechte Hand eine Viertel mit Bund. Alle Jahre wieder. Und die linke Hand spielt gleichmäßige Viertel. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr den Rhythmus im ersten Takt gleichzeitig spielt, dann geht das folgendermaßen. Beide links, rechts, beide, beide. Nochmal. 1, 2, und 3, 4. Und mit dem Text. Alle Jahre. Also, alle Jahre. Bei alle spielt zuerst die linke Hand und dann die rechte. Also beide links, rechts, Jahre. Wieder. Dann habt ihr den Takt. Ich spiele es nochmal und dann geht es weiter. Zweiter Finger links auf E. Jetzt in Takt 3 links den Akkord. Auf C, E, G, G. Und auf die 1. A, D, G, H. Ich komme zur zweiten Seile. Der Daumen liegt auf dem E. Der kleine Finger auf dem C. rechts hoch ist C, links, C, F, A. Und ich spiele weiter. Takt 7 und 8. Achtung. 1, 3. Nochmal Takt 7 und 8. Dann müsst ihr in der rechten Hand mit dem dritten Finger drüber. Takt 7 und 8 mit zwei Händen. Jetzt 3, 4, 5, 3. Ich spiele es nochmal für euch von ganz vorne. Akkord. A, D, G, H. A, D, G, H. A, D, G, H. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe ermöglicht es euch, das Lied zu spielen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt oder Vorschläge. Ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal und Happy Playing!